Seid willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed, die Ezio-Trilogie. Beim letzten Mal hatten wir ein schönes Picknick mit Sophia. Haben, ja, ungerechtfertigterweise mehr oder weniger den Jani-Charren-Hauptmann Tarek Baletti getötet, weil wir von ihm dachten, dass er uns verrät, beziehungsweise, dass er mit den Templern im Bunde ist. Meine Fresse. Dabei wollte er den Templern eigentlich nur eine Falle stellen. Aber ja, nun müssen wir das für ihn tun. Na, das sieht man auch nicht alle Tage. Tja, bezahlst du mir diese Attraktion? Kann ich mir in den Augen trauen? Ja. Was habt ihr denn die ganze Zeit mit meinem Alter? Ich bin das blühende Leben. Wie, gerade frisch aus meiner Mutter geploppt. Was? Hab ich nicht gesagt. Hey, wie hast du denn? Na, nur war... Na, nur war... Warum? Herrlich. Guten Tag, der Herr. Schön, geh einfach weg. Der Mädchenturm. Ein Hinweis der Apollo-Brüder führte Erzio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Vor der Synchronisation beschaffen Sie den Maschia-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Das wiederum kann ich nicht versprechen. Find's lustig, wohl hier überall, dass das Sassin-Symbol drauf ist. Jetzt seht ihr da unten Wasser. Hab ich die volle Synchronisation verloren? Aha, sowas wieder. Wie bei der vollkommenen Zahl. Und lass mich raten, mit Zeitschaltführung. Natürlich. Ich bin nicht glücklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beeindruckt Wenn ich da jetzt springe, dann falle ich da runter. Der hält sich doch nirgendwo fest. Okay. Rückwärts abspringen. Schön. Ich habe gesagt, wir haben andere Zeit der Welt. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier sehen wir viele schmale, glitschige Steine. So, ich hab keine Ahnung. 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 So, aktuell habe ich hier nur Büchermissionen auf der Karte. Sieht so aus, als würde die Hauptquest davon abhängen, dass wir erstmal diese Sophia-Missionen hier fertig machen. Verzeihung. Ja, mir geht's gut, danke. Silber! Silber! Ist denn schon wieder der Geburt? Kennt ihr die alte Mühle? Neiden? Offenbar kam es in der Garnison der Janitzschal und zu einem Fischenfall. Vertraut der Pflege, die ich bieten kann. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sammeln Sie Verbündete und eliminieren Sie Abbas. Volle Synchronisation, niemand außer Abbas und seinen Hauptmännern töten. Ihr könnt uns vertrauen. Hast du die Gerüchte gehört, die im Dorf umgehen? Über Abbas und seine Albträume? Nein, nein. Altaïr. Was ist mit ihm? Es heißt, ein alter Assassine habe das Leben eines Händlers im Tal gerettet. Er soll eine versteckte Klinge eingesetzt haben. Ach, Gerüchte. Ich glaube das nicht. Wahr oder nicht, sag nichts zu Abbas. Er leidet unter Verfolgungswahn. Guten Tag, die Herren. Dein Ansatz zu ertragen mache ich... Alter, hier ist so alt. Der kann nicht rennen. Oh Mann, bleiben Sie bitte einmal stehen. Mentor. Mentor. Willkommen. Still. Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Oh Mann, hilf uns die Verräter! Oh Gott, hilf uns die Verräter! Oh Mann, hilf uns die Verräter! Oh Mann, hilf uns die Verräter! Alter Greif! Folgt mir nach zur Burg! Vergießt kein Blut, wenn es nicht nötig ist! Oh ja, so ein bisschen hoppidi hopp kann er machen. Seid ihr gerade in die Tod gesprungen oder was ist los? Entschuldige, dass ich das mit dir zu eilig habe. Was sehe ich da eigentlich die ganze Zeit für Geister gestalten? Alter, ihr! Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit wir euch zuletzt in diesen Mauern sahen. Ja, das ist richtig. Wir brauchen eure Weisheit. Mehr als je zuvor. In Ordnung. Alter! Tötet ihn! Tötet ihn sofort! Worauf wartet ihr noch? Ihr Narren! Er hat euch verhext! Womit denn? Unser Mentor ist zurück! Wir halten den Apfel ja nicht hoch. Meinen Respekt, Mentor. Ja, was? Ich kämpfe für euch. Für den Orden. Willkommen doch an eine Klingel. Alter, ihr! Willkommen zurück, Mentor. Womit! 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 Wenn sie mir jetzt schon die Möglichkeit hier geben, habe ich die volle Synchro eben vergeigt. Willkommen zurück, Mentor. Befehlt euren Männern den Rückzug! Nein! Ich verteidige Masjaf! Würdet ihr nicht dasselbe tun? Ihr habt alles verraten, wofür wir stehen und alles Erreichte verloren. Alles. Einfach alles geopfert auf dem Altar eures Hasses. Und ihr, ihr habt euer Leben damit vergeudet, diesen Apfel anzustarren und vom Ruhm zu träumen. Das ist wahr, Abbas. Ich habe viel von dem Apfel gelernt, von Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft. Ich zeige es euch. Ich kann euch niemals vergeben, Altair, all die Lügen über meine Familie, meinen Vater, die Demütigungen, die ich erlitt. Es waren keine Lügen, Abbas. Ich war zehn Jahre alt, als euer Vater zu mir kam. Er war in Tränen, bat um Vergebung für den Betrug an meiner Familie. Dann schnitt er sich die Kehle durch. Er hauchte sein Leben zu meinen Füßen aus. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Nein! Doch er war kein Feigling, Abbas. Er erneuerte seine Ehre. Ich hoffe, es gibt ein Leben nach diesem. Dann treffe ich ihn wieder und erfahre die Wahrheit über ihn. Und wenn eure Zeit gekommen ist, finden wir euch. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr. Ein alter Mann und doch kämpfte er, um die Bruderschaft zu retten. In meiner Jugend hätte ich ihn Stur genannt. Heute bewundere ich seinen Mut. Die Assassinen waren sein Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Er hatte kein anderes. Abbas. Abbas. Abbas war so ein Trottel. Abbas war so ein Trottel. So stolz die Wahrheit über seinen Vater zu erkennen. Abbas war so ein Trottel. Abbas war so ein Trottel. Abbas war so ein Trottel. Oh, oh, oh. ein bisschen dafür ist man nie zu alt ja 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 ja